da stand ja in diesen ich hab sie sitzt hier unten in der grube das war ich also ein ja muss ich erst mal zusammen tackern die spinnen die skeffs die sind ja schlimmer wie die räder schlimmer als holly gehen wir ins marken ja eigentlich wollten wir vor uns schon wir haben müssen gucken und was tun wir noch nicht in den marken matze wollte mir selbst zeigen ich glaube wir waren nur einmal der oberfläche können wir eigentlich wird eine seife die kannst du aufheben ich habe die für hochkanten fallen lassen autobatterie die brauchst du nicht so warte mal wo gehen wir jetzt hin ja es gibt zwei marken stellen wir sind jetzt an der einen näher dran aber wir können schnell hier zurück rennen zum bahnhof mach uns den führer ich glaube ich mag das team mitnehmen hier ich dachte was hätte ich ein rpsd team mitnehmen können für meine mili da auch dürfen die muss ich auch noch raus gucken das scheiß bing und geschwärter liegt sich ja noch ne 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 Not done. Warte mal. Skeps over there. Aber wo weiss ich nicht. Over there. Oh, hier sind sie. Wo? Warte. Hau mal ne Granate, genau. Bumm. Jetzt sind sie nach rechts gelaufen. Kriegen sie den Nächster. Genau. Wir haben genug davon. Ich auch noch einer. Einer ist weg. Okay. Ich habe sie geblendet. Okay, ich bin mit hier drin. Bitte? Wir sind alle hier drin. Nicht schießen. Ja. Ja, ich bin hier. Der rote Laser. War aber bloß eh noch. Ne, eigentlich nicht. Ich habe noch mal nicht. Das waren drei, aber die sind wahrscheinlich weggelaufen. die Arschträmpen. Gewöhnisch. Aber den einen hast du umgelegt. Mhm. Ich bin weggenähtet. Ne, erschossen. Ach so. Da stand hier in diesen. Ich habe sie. Alter. Die sitzen hier unten in der Grube. Ey, das war ich, alter. In dem Ernst? Naja. Hast du jetzt auf mich erschossen? Warte. Ja, hat er volle Bude. Ein ganzes Magazin auf dich entleert, dass du noch lebst. Ja. Aber hier. Warte mal. Einer steht da hinten am LKW. Das bin ich. Das bin ich. Ich bin da hinten am LKW. Wer ist das hier links? Hier vorne ist noch einer. Warte hier vorne. Vorne, wo wir hergekommen sind. Da, wo wir hergekommen sind. Nein! Au, 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 au. Das blanke Chaos. Ich habe hier zwei gebrochene Arme. Draußen irgendwo. Irgendwo. Irgendwas stimmt. Wir haben doch gesagt, das sind alle hier drin. Dann schießt du da die Leute zusammen. Ich hörte links die ganze Zeit die Schritte. Und ich wusste ja nicht, dass du da unten in einem Loch drin hängst. Au, das ist mal einer. Irgendwo. Keiß Geff, Alter. Da sind zwei Arme schwarzgeschossen. Dumm und Wein. Das krautscht draußen rum. Ne, habe ich keine Medizin mit. Ja, genau, der Eidiot. Hier kommt auch da was. Aber es wird mal immer. Ne, das ist die Grunde. Ja, das ist die Grunde. Wir sind alle hier drin. Mhm. Ich dachte, weil die ganze Zeit links hörte ich zur Streppe. Da dachte ich, das wärst du. Ne, aber wenn wir alle hier drin sind. Ja, aber auf der einen Seite vom Fahrzeug. Heißt ja nicht, dass das draußen war. Der Skeff. Und gleich habe ich da hinten am Auto gesehen. Und dann dachte ich, was... Weil du sagtest, da fehlen einer noch zwei. Die waren zu dritt. Ja, waren sie auch. Und da hockten zwei da in dem Loch. Na, einer war tot und ich hockte und dudete ihn. Ja. Und ich dachte, das wären die beiden, die fehlen. Boah, hast du noch was zum Heilen oder so? Nö, nö. Okay. Hast du mich ja mit deiner Mickey-Maus-Munition neu gekratzt? Nö, nö. Was hast du mit der Munition drin, sag mal, die hat mir gar nichts getan. Du hast mir voll auf den Körper geschossen. 8, ja. 8, 5, 5. 8, 5, 5. 8, 5, 5. Das ist jetzt nicht. Du hast ja auch die dicke Gen 4 Rüstung an oder so, ne? Ne, dicke rund. Das ist eine Vierer, ja. Aber jetzt nicht mehr 317... Aber immer noch 285. Wow. Das ist eine Menge. Also du hast nicht... Ich hab bloß ein paar rote Blutspritzer. Ich dachte, ich wusste erst gar nicht, ob ich beschossen werde. Aber du irgendwo hin. Hat dich was gekratzt, ja, oder was? Irgendwie. Irgendwas hat man getrappelt. Irgendwas kratzt da am Rücken. Naja, gut. Oh, oh, ja. Whisky. Wir wollen sie doch markieren. Jetzt weiß ich, warum die hier standen. Weil hier eine Bulle Whisky hingestellt wurde. Wo müssen wir lang? Wir müssen zurück. Jetzt ja. Aber wo sind die zwei anderen Arschlecher hingelaufen? Ja, jetzt fahr ich mich auch. Meine war doch auch... Ach ja. Mann und Zucker, hau ab. Wo seid ihr denn? Da müssen wir draußen. Tappen. Okay, geil. Auf wem schießt ihr? Nein, Alter. Oh ja. Noch einer. Alter. Dann nimm mal hier runter in den Bunker. Ey, die Skeps haben mir ja übrigens Schaden gemacht, Alter. Ja. Die haben einen Armer beschossen und nicht komplett rosa-rot geschossen. Nimm doch, komm mal hier in den Bunker runter. Ey, Alter, ich komm mal in den Bunker. Ich bin ja nicht mehr tot. Komm mal hier runter, ja. Alter, was ist hier los? Links und rechts, Alter. Komm schnell rein, komm schnell rein. Ja, ich muss mir erstmal zusammen tackern. Die spinnen, die Skeps. Die sind ja schlimmer wie Reza. Ey, schlimmer als Olli. Das ist ja kein Problem, oder? Boah. Alter. Die machen richtig Schaden. Die kommen hier oben noch her, Alter. Die Arschlecher. Einen hab ich. Kein Geschmack. Ne, am rechts am... Weg. Musst du mal nachladen jetzt. Die hauen uns hier. Die hauen uns aus den Sack durch die Arschlecher. Hint doch, Alter. Ich hab's nicht zusätzlich. Ja, drum. Ich glaube, jetzt so bin ich auch schon so drauf gekommen. Ja, war schon. Hat schon angesetzt schon, zum nächsten Schuss. Ha, ha. Na da hatte der. Okay. Ja. Und dann, 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 Das war eigentlich mit M855. Mhm. Ihr wollt mich verarschen, oder? Und hat mehr Schaden gemacht. Der hatte FMJ. Aha. Irgendwo da. Haueneingang. Oh ja. Ist weg. Wirst der nächste, Alter. Der schmeißt nur ne Granate, Alter. Alter, da will er uns umbringen. Der ist aber gut oben. Scheiß, Scheff, Alter. Wo komm ich denn durch den Zorn durch? Ganz vorne. Seid ihr an dem Panzer da oben? Ja. Ich bin noch am Panzer. Gerade den Scheff. Der hat doch ne Granate für mich? Ne, hat er nicht. War ja klar. Hier ist ein Iskar. Nee, M855. Okay. Später noch. So, das bin ich hier. So, weiter, los, komm. Mhm. Ah, hier. Gibt's denn nicht auch noch ein Loch? Nein, ne. Eigentlich müsste vorne irgendwo ein Loch sein, oder? Wart er hier? Irgendwo kratzt du ein Loch, aber... Ja, hier vorne. Gut, dass ich euch dabei habe und ihr euch auskennen. Ja. Hier hinten muss es auch... Och, hau ab. Er will was mit Soße, hat er gesagt. Trinkfleisch mit Soße. Das kann er ja machen. Jeder leider magern. Ja. Platzieren, komm. Das ging da ran. Zack. Ich warte hier drin, ja. Du mein Wein, Alter. Wenn man nachts... Boah, der ist immer noch da. Wo ist der denn? Einen am Zug schleicht er rum. Mhm. Da brauchen wir einen. Er kriegt schon. Was, Alter. Arschloch. Ja, genau. Hat ihn hart getroffen. So. Er hätte schon seines Lebens kassiert. Das hat er sich ja verdient. Ja, richtig. Redlich, redlich. So, jetzt müssen wir eigentlich wieder zurücklaufen. Ja. Wo sind die anderen länger? Aber ich renne jetzt nicht da. Ich renne jetzt hier vorne und ran. Rennen wir hier lang, genau. Jetzt kriegt man halt von Krüter mal eine aufs Maul, was sollt. Eben. Legt uns direkt alle frei um. Vielleicht kriegt da aber auch eine von uns. Äh, unwahrscheinlich. Ich weiß nicht. Alter, wer... Ich glaube, wer ist wirklich da? Ja, links irgendwo auf der Seite, da. Da fallert irgendwer rum hier. Leck mich aber auch. Hinter uns auch schon wieder. Was ist hier los, ey? Ach, da ist ein Scheiß, gell? Ach, da ist ein Scheiß, gell? Da steht der Nächste. Ah, hier vorne, den hol ich doch nicht. Zwei, oder? Innen ab. Ich hoffe, das ist eh noch nicht außer. Dumme. Zum Bein, alter. So, ne, ja. Äh, ja, dann... Lasst uns hier durch die Kammern. Ja, sicher. Arsch das, alter. Oh, ein Sack. Den hab ich mir verdient. Sack. Der Sack. Der Sack. Der Sack seines Lebens. Ja. Den Trink ist noch ne Bebruchkraftgehe. Aha. So, kurz verpflegen. Das muss auch deine klar. Hm, das muss auch deine klar. Das sucht uns. Ja. Das ist aus. Ja, die Suche zusammen. Ja. Ihr Kampas. What the fuck. Ja? PMC, ja. Es gibt Feuergefechte. Aber wie? Das ist doch ne rfp, alter. Ja, wir sind's nicht, komischerweise. Timmy down. Timmy down. Aha. Ich verstehe immer Timmy. Ja. Ja. Aber die sagen immer Timmy. Hat irgendwer von euch ne Granate gezogen? Nee. Ja, ich hab zwei gemortiert. Okay. 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 Wo ist es? Da dann. 2,4,3,M. Matze mischt mit. Ja. Ja. Ich will die Arschlöcher umbringen. Läufst du da draußen rum? Ja. 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 Sie pushen, ne? Wo denn? Nach vorne. Was tut das denn? Ja. 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 Ich hab hier zwei erschossen. Es ist noch einer da. Den hab ich auch erschossen. Ich komm zu dir. Ich komm zu dir. Ah, okay. Dann sind sie tot, Alter. Oh, da unten schweigt noch ein Scaf. Scaf da unten. Und da krölt noch ein Scaf. Warte noch. Boah, Alter. Und ich musste meinen Mech wechseln. Alter. Das ist... Oh. Genau, da war er. Ah, dieses Hurenkind. Hat der mir den anderen Arm weggeschossen. Das blöde Vieh. Liegt rechts gleich. Alter. Wo warst du das jetzt? Ja, das war ich. Ja. Okay, wir gehen hier. Gehen wir hier rechts an den Lkw. Gehen wir hier hin. Na, nur das meine Kills. Ich will nur gucken, wer das hier war. Das ist deine hier, Matke. An der Tankstelle ist noch ein Scaf. Ja, es sind alle beide, die hier liegen meine. Ja, weil auf den hier hab ich eben auch geschossen. Auf den linken. Ach so. Der hat eine SF-25. Braucht jemand noch Kopfhörer oder sowas? Nee. Okay. Die GZH ganz überhalten. Er hat ja eine Granate geschmissen. Richtig, richtig. An der Tankstelle war noch einer. Okay. Ich bin ja rechts am Ökw hinter der Tanke. Ich in der Mitte. Okay. Ach hier. Eine MDR. Gucke an. Der war doch Level 30. Geil. Ja. Den einen könnt ihr noch und schrotzen wenn ihr wollt. Was kann. Er hat den seine SF-25 natürlich mit. Level 7 Alter. Ich meine, die ist eigentlich Schrott, aber... Na ja. Ach so. Wo ist denn das Arztlach, Alter? Hat ihr lacht? Ja. Ja. So, ich komm zu euch. Wo seid ihr? Ich bin hier in dem Container und loote noch. Okay. Blei sitzt du bei deinem Kill? Ja, ja. Genau. Ich gehe hier in das Haus rein, wo wir jetzt oben sind. Das ist ja gleich hier oben, dieses Backsteinhaus. Backsteinhaus. Mhm. Backsteinhaus. Ach da, das kleine, ja. Mhm. Da muss ich mich erstmal zusammennähen. Ich bin komplett zerschossen, Alter. Leih, du bist da draußen, ne? Ich bin noch draußen, ja. Ich gehe auch in das Backsteinhaus rein. Okay. Ist erstmal sicherer, glaube ich. Alter. Wir müssen noch runter im Bunker. Da warten noch ein paar Reiter auf euch. Ja, ja. Wir müssen auch noch die anderen linken. Wir müssen noch mal kinken, ne? Na ja. Wenn jetzt alle mal da sein möchten, können wir auch mal rüber gehen. Ich warte hier drin. Bis es so weit ist. Ich weiß ja nicht, wo Olli sich schon wieder rumtreibt. Weil Kinder sind hier bei uns. Hier draußen. Guckuck. Hier. Ah, da, ah. Na, ist doch wunderbar. Na dann, wir durch. Bevor die nächsten Skepsi kommen. Ja, ist rum. So, wir sind jetzt hier. Aber wenigstens Affen warm. Ach, hier hinten ist das. Mhm. Auch hätte ich das gewusst. Da sind sie schon, Alter. Das ist doch nicht normal. Kaum liegt irgendwo was totes rum, kommen die wie die Astreier. Hahaha. Nämlich kann er nicht gemeint haben. Ach komm. Der hat irgendwas mit Bliad erzählt. Kommt doch hier heilgelatscht da. Gut. Klar. Ich hab keine Ahnung. Wo müssen wir jetzt hin? In den Bunker runter. Warte. Granate von mir? Oh, meine Granate. Ja, super. Genau. Die war gut, denke ich. Das ist nicht gelaufen. Gibt's das auch nicht. Da ist er wieder. Immer noch so nah, he? So, nach gut. Na dann, auf geht's. Habt er Platziert? Ja. Ja. Wir können. Ja, kann nicht springen. Ey, am Schorlein, am Resort kannst du hochlaufen. Warum machen wir springen eigentlich, ja? Das ist doch schräg nach unten. Wieso muss man da springen? Versteh ich nicht. Da weiß es auch nicht. Das kenne kann du nicht. Junge, Junge, Junge. Oh, Oli, beim Husten mal bitte zuhalten, das Mikro oder sowas. Platz mir hier das mal mit Rommelfellen. Entschuldigung, hab ich gar nicht gleich gedacht. Du wirst das auf dem Video hören dann. Das ist extrem krass. Rommelfelle. Ja. Ja, recht und links. Gleichzeitig platzen sie nämlich dann. Das ist sehr hohe Frequenz. Wo müssen wir lang? Hier? Hier? In den Keller, ja. Da geht es irgendwo weiter. Hier rein und dann runter. Und dann ist hier gegangen und dann geht es bis wir schon können. Wir beginnen wieder von hinten rein. Ja. Ist sicher. Ja. Achtung, Katzen, Trappen. Okay, ich sehe nicht. Ja, ich bin tot. Okay, ich sehe nicht. nichts gesehen da eben wo er will ja wissen dass es jetzt war weil ich ja auch so na dann waltet eures amtes ja und die mutters mal welche machen die müden weniger bahnhofs vorsteher seid ihr hab jetzt keine granate mehr und da geht's local survive du hast uns noch gar nicht gesehen du affe aber gerochen so ich musste mal husten das ist der schrottteil links im gang rechts rechts im gang da dreht sich auch bloß warum eine granate reinfeuern wenigstens oder so was ich habe eine granate reinfeuern da ist ja links im gang schalter gang aus ja ich denke da ist dort so klang es zumindest der dreht sich da drin irgendwie dann ist frei dann ist er hinten im raum drin aber als jahr auf den meter neben mir da ist aber nichts na ja da hinten ist er drin sollte man immer gehen mal gucken da war doch ja da stand am teil doch ach so ja da muss dann muss er sich aber hängen gemacht haben er ist erstmal weg ich habe alle eigentlich und sex ist das war noch bloß die mc so das war ein bmc ja ok der räder an kein dort weg das hätte sie auch mitgemacht denke ich mal als die wasser brauche weil wenn sie die braucht kannst du nehmen ich habe ich bin in der mdr die gefällt mir besser wobei die mdr ja ja man hat eine granate wenigstens wir haben wir unterkommen sagt auch so noch eine mcx dann nimmst du dir ja das ist eigentlich schade seid ihr in den büros drin ne im schalterraum kam ok kommst du rum ne komm gleich rum hier liegt ein mre warte ich bring dann mre mit ich gehe mal hier hinten rum in die büros oder drei ja genau stehen ja alle melke ja naja wenn man tun wollen ist es gut die türen zu ziehen das kommt aber oben waren sie auch nicht man könnte vielleicht hermetik durchschalter gehen und dann aktivieren dann kommen aber ich weiß nicht wo der schalter ist und ich bleibe wahrscheinlich auch nicht wieso denn der hebel hier hinten nicht für d2 warte da bin ich kurz von wegen da bin ich auch nicht gekocht ach das probenteil da vorne in dem häuschen soll ich hingehen ich mach schnell auf das gehäule los ja ja vielleicht kommen sie dann aber versteckt euch mal in den büros dass die platz zum strom im hafen ja ich will das mal testen ich sage du zerlegt ihr nicht in den hafen das ist schon angemacht das ist ja auch krass das war auch so ein grund warum ich wahrscheinlich nie vorher auf reserve so kommen wir da rein ich bin wieder unten bei euch werden sie draußen Ich hab über zwei Granaden, da geht's. Nix, so nix. Ich kann auch meine schmeißen. Was? Vielleicht sind ja welche da. Nö. Naja, dann verpisst wir uns. Schurtenstille. Wir gehen bald. Denken sich auch so spät, stellen wir auch nicht mehr auf die Arschlöcher. Jetzt fett er uns mal. Sieben Minuten vor Feierabend kommt ihr. Ja. Ja, aber nicht so akibisch Parade. Nö. Weht man so technisch noch so rum. Was Kills angeht nicht. Wir haben uns mehr abend. Aber war schon krass so am Krasus immer den scheiß Gapsel draußen. Die waren übel. Habe ich nicht aufgemacht? Doch, es geht auf ohne Geräusch bei mir. Geräusch habe ich. Ja, war neulich, war beim vorletzten glaube ich auch schon. Ja. Habe ich auch nichts gehört. Tada. Ohrenschonen. 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 Ja, sehr Ohrenschonen. Ohrenschonen. schleckst das. Bis zum nächsten Mal.